Die Wojwotschaft Kleinpolen ist eine der 16 Wojwotschaften, die die Republik Polen gliedern. Sie umfasst den südlichen Teil Polens um die Stadt Krakau und wird von West nach Ost von den Wojwotschaften Schlesien. Heiligkreuz und Karpatenvorland umschlossen im Süden grenzt Kleinpolen an die Slowakei, mit der es Anteile an den Karpaten hat. Hauptstadt ist Krakau. Geschichte Die heutige Wojwotschaft wurde mit der Verwaltungsreform 1999 aus mehreren kleinen Verwaltungseinheiten um die Stadt Krakau gebildet und liegt im Gebiet der historischen Wojwotschaft Krakau, die auch in der Zeit von 1945 bis 1975 bestand. Das Wappen orientiert sich an historischen Vorbildern und wird wie folgt beschrieben. In Rot ein goldgeständerter, goldgekrönter und goldbewährter silberner Adler mit goldenem Kleestängel. Verwaltungsgliederung Die Wojwotschaft Kleinpolen wird in 19 Poviat T unterteilt, wobei drei Städte kreisfrei bleiben. Sie bilden teilweise zwar unter ihrem Namen ebenfalls einen Poviat, gehören ihm aber selbst nicht an. Kreisfreie Städte Krakau Novi S.A.C.Z. Tano Die Wojwotschaft Kleinpolen umfasst insgesamt 19 Poviat T, denen insgesamt 182 Gemeinden angehören. Die Provinzhauptstadt Krakau ist mit rund 760.000 Einwohnern die mittlerweile zweitgrößte Stadt des Landes und die mit Abstand größte der Provinz. Kleinpolen Alle anderen Städte sind bedeutend kleiner. Wirtschaft Im Vergleich mit dem Bruttoinlandsprodukt der EU ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreichte die Wojwotschaft 2006 einen Index von 45,4. Die Arbeitslosenrate lag im Juli 2008 bei 7,2%. Bis zum Dezember 2009 stieg sie auf 9,7%, was 130.000 Personen entsprach. Der Anteil am polnischen Bruttoinlandsprodukt belief sich 2010 auf 7,6%. Sehenswürdigkeiten und Kultur In der Wojwotschaft gibt es sechs Nationalparks und zwei Städten des Weltkulturerbes. Die Altstadt von Krakau und das Salzbergwerk Wielichka, Zakopane, Ott und Franziskaner Kloster Kalwerrier C. Posidowska, das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau, auf dem Gelände des Nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Berühmte Personen aus Kleinpolen Eine der berühmtesten Personen aus Kleinpolen ist Karol Wojtyla, der von 1978 bis 2005 als Papst Johannes Paul II. Oberhaupt der katholischen Kirche war. Er stammte aus Wadowice bei Krakau.